Die Firma HANA Domation, wir stehen hier in unserer Montrein, mein Name ist Bernd Konrad, ich bin der Manager Assembly, verantwortlich für den Aufbau, die Montage aller unserer Montagelinien und auch für die Inbetriebnahme hier vor Ort in Rhein-Bölln und die Inbetriebnahme bei den Kunden vor Ort. Wie überall beklagen wir auch einen Fachkräftemangel, haben nicht mehr ausreichend Kapazitäten, sind infolgedessen vor drei Jahren mit dem Christian Seuker und der Seuker Solutions in Kontakt getreten. Die Kooperation ist jetzt so weit ausgeweitet, dass wir bis zu 20 Monteure in manchen Wochen auf die Kapazitäten der Seuker Solutions zugreifen. Aber nicht nur Monteure, Montagekräfte, sondern auch PLC-Programmierer, aber auch Roboterprogrammierer können wir gut gebrauchen und die Zusammenarbeit wird sich noch vergrößern und vermehren, weil an allen Standorten, wo wir zugange sind, haben wir schon Seuker Solutions Mitarbeiter mitgenommen, Kanada, USA, Mexiko. Rumänien haben wir diese Woche ein Projekt, in Tschechien haben wir ein Projekt, wo auch mehrere Seuker Solutions Monteure mit sind. Das Gute ist, sie haben einen sehr hohen Ausbildungsgrad, die kennen Sondermaschinenbau, arbeiten von uns ganze Projekte ab und sind in der Firma Hahn nicht mehr wegzudenken. Wir werden dann immer mehr Standorten eine gewisse Vormontage, Modulmontage ausführen. Hier der Standort wird sich auf Inbetriebnahmen von Prüftechnik, aber auch der Automatisierungslinien höher konzentrieren. Und infolgedessen werden wir auch hier auf die Kapazitäten und die Expertise vor allem, das Know-how der Seuker Montage in Betriebnehmer, Programmierer, Robot Vision Kollegen zurückgreifen müssen. Die bisherige sehr gute Zusammenarbeit macht mich optimistisch, dass das auch so bleiben wird und auch hier weiterhin erfolgreich und lukrativ zusammenarbeiten werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017